Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolff und Marietta Slomka. Guten Abend. Die Vorhut besteht zwar erst mal nur aus rund 20 Leuten, aber was die Bundeswehr da heute gestartet hat, das hat es in ihrer Geschichte noch nicht gegeben. Das war es von uns. Gleich nach dem Wetter geht es mit dem Montagskino weiter. Und um 23.50 Uhr meldet sich Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017